Sonst weiß ich nicht, packen wir alles ein und nur diesen los. Ja, bin auch gleich wieder in der Leiche. Unterwegs kann ich bestimmt noch mal jemanden tanken zur Not. Aber ich verbrauch doch recht viel Sprit. Auf dem Rückweg fliegen wir noch mal Söter an, dann tanke ich noch mal und dann fliegen wir zur Safe. Wir haben hier auch noch die andere Safe Zone. Die dichter ist, ne? Ja. So, ich lande in der Nähe vom LKW. Mh, mach das. Beziehungsweise ich gucke, ob ich den LKW unten ranhängen kann. Mh, mach das. Mh, mach das. Was hat jetzt gechanged hier? Nix. So, ich hab meine Sachen wieder. Das ist super. Und zwar, ich geh jetzt auch auf rein. Mh, mach das. Mh, mach das. Mh, mach das. Haben wir heute Falle? Jupp. Mh, mach das nicht so früh. Das ist krank. Oh, das ist krank. Mh, mach das. So, ich komm mal da zu dir für dich. Ja, ich nehme mal die hier im Westen an der Küste, die müsste ja auch gehen, ne? Die Zeck so da, ja. Die in der Neo-Geris-Box, da, ne? Ja. Ja. Egal, wer mich mitnimmt, hauptsache, wer mich mitnimmt. Ja, also, ich habe noch ein, zwei Plätze frei, glaube ich. Ich muss jetzt mal meine Leiche finden. Flachstamm mal leise. Fünf. Mit der fünf. Oh, mein Gott. Da bin ich. Ich muss jetzt im Transporte einsteigen. Ja. So, äh, der Rest fliegt mit, oder wie? Ja, du hast drei Stück von fünf. Also, ich war dann auf den Max. So, muss ich auch mal orientieren, ich sehe meine Markierungen, nicht meine GPS-Markierungen. Da hinten, doch da, irgendwo. Im Süden von uns ist es, 2,9 Kilometer. Komm jetzt zu dir hoch. Für dich ist es westlich. Gleiche gefunden. Hallo, ich habe doch gerade eine Markierung gesetzt. Tick, tick. Hinter dir. Ja, ich sehe sie einfach nicht. Das ist sehr ungünstig. Kann man jemanden in eine Markierung setzen und gucken, ob das die richtige Richtung ist? Wohin? Bin drin. Die, die Safe Zone an der Küste, genau. Ah, jetzt, jetzt zeigt er sie an. Jetzt zeigt er sie an. Holge mich. Gehen wir gerade schon auf die Toilette. Gibt es hier mehrere Sesse? Ja. Drei Stück. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Sind wir jetzt hier gewesen? Ich will mal festhalten, dass das eine schwarze Mission war. Ja, der ein oder andere Schuss hat auch sehr gut gesessen. Ja. Ich ärgere mich nur ein bisschen, dass du meine Waffe abhanden bekommst. Oh, Berge. Scheiße. Ah. Echt jetzt. Ich sehe gerade, wo landen wir? So, jetzt habe ich mal hier die M320 LRR als Scharfschützengewehr. Hm, die ist nicht. Und dann halt dementsprechend mit dem Night Stalker. Ja. Das Night Stalker ist geil mit Thermo und Eindrund dran. Also das hat was. Wie kann man denn da nochmal den Zoom verstellen? Plus und Minus auf dem Numpad. So, spinn wir da. Jo, wunderbar. Meine Karo ist ein bisschen bergschwach. Wem dran, Max, du musst noch die ganze Scheißkiste umpacken. Ja. Also das möchte für mich morgen keiner arbeiten. Wäre ja nicht. Achtung. Wer denn hier? Ja, ja, ich habe gerade nochmal. Ich tut das gerne. Mensch, das wäre doch nur von 10 bis 17.30 Uhr. Meine Mumi, bleib mal da rein. Wow. Klingt ja entspannt. Meine Süße muss nur 14 bis 22. Den Code-Lock behalten, Renner. Ja, würde ich sagen. Falls wir doch nur nochmal eine Base machen sollen. Abgesehen davon, möchte jemand Sonntag für mich arbeiten? Äh. Das ist die Antwort. Ey, komm, das werden wir von 9 bis 16 Uhr. Hoffen Sie. Kann die Kiste mal den Berg hochkommen hier? Ey, alter Schoche. Soll ich aussteigen und schieben oder was? Ich glaube, das wird tatsächlich schneller gehen. Die hätten mal mit uns fliegen sollen, ne? So haben sie aber Sightseeing und Wildlife, ey, Arschloch. Wir bröten da aus dem Hintergrund, ey. Okay, das ist bei mir. Unbefriedigte Feuer. Hä? Was? Wer redet da? Rauch, du Bengel. Dein Freund. Ach, sag ich auch immer. Wie schnell ist jetzt denn? Hier ist das leer, Manns? Ja, ist das leer. Ja, dann schmeiß ich mal ins Wasser. Oh, ein Stein. Ein Stein, pass auf. Ey, geht's schwer, ne? Ja, also wenn ich irgendwo gegenfahre, aber in der Geschwindigkeit explodieren wir sofort. Ach so. Also keine Sorge, es ist schnell vorbei. So, das Schnuddelchen gab jetzt den Tauben. Ey, hier ist noch eine NATO-Kiste mit NATO-Pirat drin. Max. Was ist? Hier bei mir ist noch eine NATO-Kiste. Was ist da noch drin? Da ist noch ein bisschen Stop drin. Oh, schau' ich bin. Bring das mal zum Helik. Ja. Na, warte. Unlock. Warum wollte ich diesen Gelände-LKW nochmal fahren? Hm. War ich jetzt nicht mit rauszufliegen? Na, eigentlich hatte ich... Was? Hast du gerade schon was Celine gesagt? Was? Nein, weil er sich nicht getraut hat, mich zu fliegen. Ach so. Chill doch mal. Du bist ja verriert, du fass genauso wie Celine. Ohne krasse Schiller, ey. Celine schreibt da, Yvonne gehört mir. Ich bin gerade bei ihr. Celine immer weiße Verwechslung, Yvonne immer mit dir oder sie mit dir oder wie auch immer. Also sie ist eigentlich jetzt nicht mit Yvonne, sie ist nur Nummer zwei. Was? Nein. Was? Ich bring die Scheißkiste weg. Also die Kiste, ja. Mal gucken, ob hier noch eine Kiste stehen ist. Da waren jetzt auch noch mal knapp 1000. Da sind wir schon bei 8000 insgesamt. Ja, plus den LKW jetzt noch. Der ja auch noch voll ist. Ja, ein bisschen ist er halt drin. So, jetzt hole ich mir aber jetzt noch ein Ducktape. Ich habe ja auch gerade nochmal schnell ein bisschen Sachen reingeschmissen. Okay. Jetzt ist er voll. Ducktape geht's bei Eclipse, ne? Ich glaube ja. Ja, klar. So, wo ist der Verkäufer, Hansel? Hier, hier. Beim Hubschrauber, oder? Ja, rechts nebendran. Lass mal hier die Heile. Da drehen sie noch die Rotorblätter, die muss ich festhalten. Also Céline findet es gut, dass du jetzt Céline Nummer 2 bist. Ja, ja. Ja, hab ich hier. So, ihr Holden, die lustige Probefahrt ist vorbei. Das ist aber schade. Die saß da, rennt auch direkt voller Angst weg. Ja, genau. Oh Gott, das war so schlimm. Wieso finde ich jetzt hier... Oh, nicht mehr. Ich finde hier echt kein Ding. Hä? Ich muss ja sagen, so zwei Bambi-Overalls im LKW machen sich gut, ne? Ja, wir hatten auch zwei im Heli. Vor allem in die Kohle, echt. Was hast du denn gekriegt? 15. Berlin Nummer 2. Hi. Yvonne? Es gibt hier kein Hardware-Typi. Ich kriege hier kein Duck-Tab. Ich wollte nur deinen Namen sagen. Klar gibt es dann Hardware-Typi. Nee. Dann gibt es bestimmt draußen oder sowas. Äh, hinten am Wasser, da gibt es auch noch ein Tibi. Da gibt es Boats. Boats und was haben wir da hinten? Oh, noch Boats. Fastfood, Armory, Equipment. Oh, ich kann noch ein bisschen Armory verkaufen. Ich habe noch Munitions von meiner Waffe über. Okay, du erinnerst mich übrigens an den ich Minecraft-Spieler. What? Wen meinst du jetzt? Happy meinte ich. An wen erinner ich dich? Äh, der heißt... Hörst du richtig? Hi, Uwe. What? Ich soll dich von Kasia grüßen. Asry. Talkst du Minecraft, Happy? Nah. Naah. Es ist jetzt selber meint. Nein. Nein, das ist nicht. Es gibt kein Hardware-Typi. Also das Einzige, was ich mir gezockt habe, war... Oh, wir hießen dieses Minecraft-Day-Sieb-Gedönster. Das war mal für fünf Minuten lustig. Aber so Minecraft-Server, das... Ein Kollege, wenn es herzockt, kuh ich gerne zu. Aber ich selber, das ist nicht meine Welt. Aber wenn jemand irgendwo rausfindet, wo wir das Ducktape kriegen, wäre nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Ist das eigentlich bei mir irgendwie speichern oder so? Nee, einfach rausgehen. Ja. Das ist wie bei Daisy, der speichert einfach so direkt. Nicht wie bei Daisy. Das hier bringt Spaß. Hast du ihn gefunden? Nein, aber ich habe eine Rahim. Möchte jemand eine Rahim haben? Nö. Nö. Ich hätte gerne einen Hardware-Typi, der mir Ducktape verkauft. Nö. Nö. Guckst du Selin gerade zu, oder was? Ja. Was heißen die da? Selin 1301. Oder Selin Nummer 1 halt. Wollen wir noch weitermachen? Über ein bisschen wollen wir noch weitermachen, oder? Also ich werde mich jetzt gleich auch abmelden. Ja, du musst ja arbeiten. Du hast eine begründete Ausrede. Also hier im Leuchtturm liegt noch ein Rahim, wer sie verkaufen will. Nö. Guck, 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 doch, doch, unten auf der Insel. Ja. Würde gerne... Warum ist die denn aufhängen, dass sie behindert? Würde jetzt gerne erstmal bei den Hauptsafe-Zonen einmal vorbei und mir doch noch Ducktape kaufen. Ja, können wir machen, dann. So, sonst steigen... Seid ihr schon raus, oder seid ihr noch drin? Ich bin drin, ich bin drin. Ich bin gleich drin. Wieso hast du? Was? Ach, Selin ist schon raus. Äh, Yvonne ist schon raus. So, lass den Heli heilen. Wann würdest du dich da füllen? Ich weiß nicht. Lockst du dich auch hier raus, oder? Ich fährt mich jetzt eher auch auslocken, ja? Whiii, Whiii, Whiii. Weil er verliert mir eindeutig zu schnell zu viel Sprit. Okay. Ich werde den einmal vorsichtig selber reparieren. Ja, ja, mal gemacht. Gibt es eigentlich für das 408er wäre auch ein Scheiding? Nein. Die 408er kannst du leider nicht Scheide lämpfen. Sag es ihm jetzt, wo er 10.000 dafür ausgegeben hat. Nein. Hier habe ich ja dem Bot abgenommen. Der mich gekillt hat unten an der Brücke, der? Ja, genau. Weil wenn du damit schießt, noch so schnell jemanden tot. So, ich habe dir gerade noch ein bisschen Bullshit reingepackt hier. Ich habe gerade auch noch ein bisschen Waffen reingepackt. Äh, wie so ein Muni reingepackt. Die Selin hat Hunger. So für dich, Selin. Und die Yvonne lacht einfach unfassbar, ey. Hast du mich lachen, oder? Und auch, ich würde dich immer gerne lachen, natürlich. Auf jeden Fall. Mach gleich gute Laune, ne? Mhm. Ich bin dann mal weg, ne? Ich hoffe, ich habe euch noch viel Spaß. Jo, Holgerhorn, viel Spaß auch. Tschüss. Schreibt sich zu redet.